Hallo, meine Damen und Herren, ich bin Johannes Oerding, aber ich bin nicht verantwortlich für die TV-Show hier. Asit und Peter sind verantwortlich. Ich mag Musik und wir sprechen ein bisschen Nederlands. Wir sprechen ein bisschen über Gott und die Welt. Ich habe nichts verstanden, aber er ist auf jeden Fall bei Talk der offenen Tür. Und da freuen wir uns auch. Juhu! Tschüss!